Lindsay Lohan sorgt mit einer amüsanten Anekdote für Lacher. Die Schauspielerin erinnert sich an die Premiere ihres Films »Ein Zwilling kommt selten allein« im Jahr 1998. Damals war sie gerade einmal zwölf Jahre alt. Bei einem Auftritt in der Show »Watch what happens live« erzählt sie von einer Begegnung mit dem damaligen Disney-Chef Michael Eisner. Dieser fragte sie, »Wo ist deine Zwillingsschwester?« Lindsay antwortete schlagfertig, »Ich habe keine. Sie hätten mich doppelt bezahlen sollen.« Moderator Andy Cohen fand die Geschichte zum Schießen und gab ihr ein High Five. »Ein Zwilling kommt selten allein«, war Lindseys allererstes Casting. Seitdem musste sie nie wieder für eine Rolle vorsprechen. »Ich hatte so viel Glück, dass ich diese Chance bekam«, sagt sie dankbar. Der Film bedeutete ihren großen Durchbruch und machte sie über Nacht zum Star. Produzent und Co-Autor Charles Shire war sofort von ihrem Talent begeistert. Sogar Michael Eisner glaubte zunächst, die Zwillinge würden von zwei verschiedenen Mädchen gespielt. Auf die Frage nach einer möglichen Fortsetzung zeigt sich Lindsay offen. »Ich würde niemals Nein zu Nancy Meyers sagen«, betont sie. Neben dieser Aussicht freut sie sich besonders auf das Wiedersehen mit Jamie Lee Curtis. Die beiden drehen gemeinsam den neuen Film »Freakier Friday«. Bereits 2003 standen sie für »Freaky Friday« gemeinsam vor der Kamera. Ihre enge Freundschaft aus dieser Zeit hält bis heute an. Der neue Film soll an den Erfolg des Originals anknüpfen und die Fans erneut begeistern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017